Du wirst es schon gehört haben, die Ampelregierung will Langzeitarbeitslosen mit einer Sonderprämie von 1000 Euro zusätzlich zum Bürgergeld den Weg auf den Arbeitsmarkt schmackhaft machen. Und diese Nachricht schlägt im Netz Wellen. Doch hierbei handelt es sich lediglich um einen Punkt der sogenannten Wachstumsinitiative der Bundesregierung. Und bevor du dich jetzt vielleicht zu Unrecht aufregst, schau dir mein Video bis zum Schluss an. Dann erfährst du, welche weiteren Punkte es gibt, was genau dahinter steckt und welche Kritikpunkte es gibt. Nach einem ganz kurzen Intro geht's dann auch schon los. Die Bundesregierung hat bereits schärfere Sanktionen im Bürgergeld beschlossen, wenn Leistungsempfänger Termine mit dem Jobcenter versäumen oder eine zumutbare Arbeit ablehnen. Nochmal, das ist schon eine beschlossene Sache. Heute genau ist es eine Woche her, dass die Bundesregierung eine Gesetzesvorlage von Arbeitsminister Hubertus Heil auf den Weg brachte, um eben die Wachstumsinitiative der Ampelregierung mit mehr Dynamik auf dem Arbeitsmarkt voranzubringen. Hubertus Heil erklärte dazu, Zitat, Hier ist das Zitat zu Ende. Aha, 1000 Euro auf der einen Seite als Lockprämie für Langzeitarbeitslose, härtere Konsequenzen für Arbeitsunwillige. Doch wie sollen diese Konsequenzen konkret aussehen? Nun, bei Ablehnung einer zumutbaren Beschäftigung werde das Bürgergeld für drei Monate um 30% gekürzt. Und wer einen Termin im Jobcenter versäumt, bekommt für einen Monat dann 30% weniger. Darüber hinaus gilt künftig für einen potenziellen Job ein längerer Arbeitsweg von bis zu drei Stunden täglich als zumutbar. Also drei Stunden für Hin- und Rückfahrt. Ab dem 1. Januar sollen diese Änderungen greifen, ebenso wie die Prämie für Langzeitarbeitslose, die einen regulären Job mindestens ein Jahr ausüben und ohne Bürgergeld auskommen. Aber es soll noch mehr Neuerungen geben. Das Wachstumspaket soll es zum Beispiel Zeitarbeitsfirmen vereinfachen, gezielt Ausländer anzuwerben. Zeitarbeitsunternehmen waren nämlich bislang von der Einwanderungsreform der Ampel ausgenommen. Und auch die Einstellung bzw. Beschäftigung von Geflüchteten mit Duldung soll ebenfalls erleichtert werden. So soll dann eine Beschäftigungserlaubnis auch ohne Stempel durch die Ausländerbehörde als genehmigt gelten. Tja, ob das der richtige Weg sein wird? Ich habe da so meine Zweifel. Wie siehst Du das? Schreib mir Deine Meinung doch einfach unten in die Kommentare. Doch zurück zu den strittigen 1.000 Euro Bürgergeldprämien. Wer kommt eigentlich auf eine solche Idee und warum? Nachdem es kurz nach Verkündung dieser Idee Spott und Kritik hagelte, wird wohl klar, wer eigentlich dahinter steckte. Nämlich nicht der Arbeitsminister Hubertus Heil. Vielmehr sei der Vorschlag als Zugeständnis an den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ins Gesamtpaket zu den Bürgergeldänderungen aufgenommen worden. Aha! Und die ersten Spottbegrifflichkeiten haben sich auch schon gebildet. Von Faulenzerbonus und Arschhochprämie ist hier die Rede. Und jetzt wird's pikant. Laut Medienberichten wie zum Beispiel dem Fokus soll nicht einmal Arbeitsminister Hubertus Heil ein Fan dieser Idee sein. Und da ist es auch kaum verwunderlich, dass SPD, FDP und sogar Teile der Grünen nach dem öffentlichen Aufschrei die sogenannte Anschubfinanzierung gleich wieder stoppen wollen. Notfalls im Bundestag. Aber es gibt hier auch Befürworter. Enzo Weber, ich zeige ihn euch mal, Wirtschaftsprofessor an der Universität Regensburg und Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, verteidigt die 1.000-Euro-Prämie. Der Bild-Zeitung sagte er dazu, gerecht ist, was wirkt. Für das Ziel, raus aus der Langzeitarbeitslosigkeit, müssen wir alle Register ziehen und dazu gehören auch finanzielle Anreize. Und er rechnet vor, für jeden Langzeitarbeitslosen, der wieder in den Arbeitsmarkt integriert werde, spare der Staat pro Jahr 25.000 Euro. Und dadurch könnte sich das System gut rechnen. Diese Idee konkretisierte der Forscher mit einem Beitrag mit dem Titel Eine Anschubhilfe im Bürgergeld könnte die Erwerbsanreize erheblich steigern. Denn das grundlegende Problem, so macht Weber klar, sei, dass es eben zu wenig kurzfristige Anreize gebe, um Arbeit aufzunehmen. Denn, und auch das sollten wir in unsere Überlegungen einbeziehen, wer wieder zu arbeiten beginnt, bekommt gleichzeitig einen großen Teil der Sozialleistung gestrichen. Naja, ob es dann wirklich hilft, bleibt abzuwarten. Doch selbst der eigentliche Fürsprecher und Erfinder Enzo Weber hält die 1.000-Euro-Prämie selber nicht für die beste Idee. Sinnvoller wäre es nämlich, den Selbstbehalt anzuheben. Beispielsweise auf 50% in der Grundsicherung oberhalb der Minijob-Grenze. Aber wie soll man das potenziellen Wählern beibringen? Da klingt Faulenzer-Bonus oder A-Show-Prämie doch viel griffiger. Und bietet auch deutlich mehr Diskussionsstoff, oder? Tja, und was sagt der Chef von Ganzes, der Bundeskanzler Olaf Scholz, dazu? Gerade gestern hat er auch eine Meinung zur 1.000-Euro-Prämie. Leider, wie so häufig, auch diesmal wenig konkret. Zitat, ich persönlich teile die Theorie vieler Leute nicht, dass man jemanden zur Arbeit locken muss. Und weiter, weil ich glaube, wir sind alle zum Arbeiten geboren. Zitat Ende. Naja, wer es glaubt. Aber, und das finde ich bemerkenswert, die geplante 1.000-Euro-Für-Eine-Job-Aufnahme nütze vielleicht nicht, sagte Scholz weiter. Aber Schaden tut es auch nicht weiter. Natürlich regen sich nun aber Menschen auf, die jeden Morgen arbeiten gingen und keine Prämie bekämen. Tja, wirklich treffend und volksnah analysiert. Ironie off. 1.000-Euro-Prämie, die ja nicht wirklich schaden, sind schon ein starkes Stück. Denn woraus sollen die denn finanziert werden? Und könnten diese Mittel nicht wesentlich zielführender eingesetzt werden? Die Kranken- und Pflegekassen sind leer. Aber hier gegen die eigene Überzeugung, Kohle rauszuhauen mit dem Argument, es schade ja nichts, finde ich schon ein starkes Stück. Aber vielleicht siehst du das auch ganz anders. Auch dazu schreib mir doch einfach deine Meinung unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bleibt positiv, bleibt produktiv und vor allem bleibt gesund. Euer Thomas Schneider Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017